Heute zuerst Arif Ünal, Abgeordneter aus Köln, migrationspolitischer Sprecher der Grünen Landtagsfraktion und Sprecher für interreligiösen Dialog. Zu den Thesen von Thilo Sarrazin, die ziemlich platt und plump daherkommen. Was hältst du davon, Arif? Ja, Sarrazin schürt bewusst Ausländerfeindlichkeit, dabei bediente Islamophobie, versucht mit populistischen Aussagen seine Bücher zu vermarkten. Der verdreht die Zahlen, was die Migration in der Bundesrepublik angeht. Wenn wir die Migrationsgeschichte der Bundesrepublik betrachten, haben wir ja die Migrantinnen und Migranten in 60er, Anfang 60er Jahre nach Deutschland geholt, Arbeitskräftemangel zu decken. Integration war kein Bestandteil dieser Politik gewesen. Spätestens, als die Migranten ihre Familienangehörigen nachholten, müssten eigentlich die Regierungen über die Integration dieser Menschen nachdenken und solche Maßnahmen wie zum Beispiel Sprachkurse und so weiter einzurichten. So gesehen kann man mit diesen Zahlen so nicht argumentieren. Wie sieht denn die grüne Position aus? Die Grünen sind ja am Anfang an eigentlich mit den Migrantinnen, mit den Migranten-Selbsthilfeorganisationen zusammen für die Integration dieser Menschen sehr viel gemacht. Wir machen auch weiter. Das heißt, wir reden nicht über die Migrantinnen, sondern mit Migrantinnen, was diese gesellschaftliche Zusammenleben in der Bundesrepublik angeht. Die sind hier, die sind zum Teil deutsche Staatsbürger, die werden auch hier bleiben. Das heißt, mit solchen Aussagen die Gesellschaft zu spalten, bringt überhaupt nichts. Wir müssen gemeinsam überlegen, wie wir dieses gemeinsames Leben friedlich gestalten können. Das machen wir als Grüne.